Herzlichen Glückwunsch zur Visa-Liberalisierung! Gute Reise, sowohl auf dem Weg als auch nach Hause! Sie ist sehr klug für ihr Alter! Sie ist sehr klug für ihr Alter! Sie ist sehr klug für ihr Alter! Ich werde uns ein Eis bestellen! 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 Wir dürfen jetzt nicht aufgeben! 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 Wir haben momentan viel Druck bei der Arbeit! Wir haben momentan viel Druck bei der Arbeit! Wir haben momentan viel Druck bei der Arbeit! Ich lasse mir meine Haare schneiden! 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 Heute Abend werden wir den Albaner vom Flughafen abholen! Heute Abend werden wir den Albaner vom Flughafen abholen! Heute Abend werden wir den Albaner vom Flughafen abholen! Ich lasse mir meine Haare schneiden! Kannst du bitte das ins Deutsch übersetzen? Kannst du bitte das ins Deutsch übersetzen? Du warst heute der Star der Show! Du warst heute der Star der Show! Die Polizisten verfolgen den Einbrecher! Die Polizisten verfolgen den Einbrecher! Die Polizisten verfolgen den Einbrecher! Ich kann nicht glauben, dass du schwanger bist! 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 Ich kann nicht sagen, dass du schwanger bist! Ich kann nicht glauben, dass du schwanger bist! Ich kann nicht glauben, dass du schwanger bist! Die Temperatur ist seit gestern um ein Grad angestiegen. Mein Ehemann kümmert sich heute um die Kinder. Mein Ehemann kümmert sich heute um die Kinder. Die Qualität dieser Produkte ist ausgezeichnet. Die Qualität dieser Produkte ist ausgezeichnet. In dieser Flasche ist nichts mehr drin. Sie ist leer. Sie ist leer. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Er ist zu schwach, um weiterzugehen. Er ist zu schwach, um weiterzugehen. Er ist zu schwach, um weiterzugehen. Ich kann mir nicht vorstellen, in dieser Gegend zu wohnen. Ich kann mir nicht vorstellen, in dieser Gegend zu wohnen. Ich kann mir nicht vorstellen, in dieser Gegend zu wohnen. Je älter man ist, umso mehr Erfahrung hat man. Je älter man ist, umso mehr Erfahrung hat man. Heute Abend werden wir den Deal abschließen. 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 Er ist überrascht, seine Tochter hier zu sehen. Er ist überrascht, seine Tochter hier zu sehen. Du solltest nachts nicht alleine in die Stadt gehen. Du solltest nachts nicht alleine in die Stadt gehen. Es hat seine Frau geschlagen. 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 Tirana ist eine schöne Stadt. 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 Pristina ist eine schöne Stadt. Pristina ist eine schöne Stadt. Pristina ist eine schöne Stadt. nicht robbed diese Klappen 19 hoffentlich wird morgen alles klappen hoffentlich wird morgen alles klappen د kannst duạnh日 bitte etwas beeilen? Kannst du dich bitte etwas beeilen? Kannst du dich bitte etwas beeilen? Kannst du dich bitte etwas beeilen? Der Arzt hat ihre Brust genau untersucht. Der Arzt hat ihre Brust genau untersucht. Der Arzt hat ihre Brust genau untersucht. Kannst du bitte zählen, wie viele Kisten hier sind? Kannst du bitte zählen, wie viele Kisten hier sind? Kannst du bitte zählen, wie viele Kisten hier sind? Ich kann nicht alles fünfmal wiederholen. 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 Ich kann nicht alle fünfmal wiederholen. Sie gingen am Fluss entlang. Die Firma hat gerade einen neuen Auftrag erhalten. Die Firma hat gerade einen neuen Auftrag erhalten. Ich bin nicht hier, um euch zu unterhalten. Ich bin nicht hier, um euch zu unterhalten. Ich bin nicht hier, um euch zu unterhalten. Dieses Wochenende wollen Sie den Berg besteigen. Dieses Wochenende wollen Sie den Berg besteigen. Ich werde dir und deiner Familie immer dienen. Ich werde dir und deiner Familie immer dienen. Ich werde dir und deiner Familie immer dienen. Ihr Mann William ist momentan in Albanien. Ihr Mann William ist momentan in Albanien. Ich würde dein Angebot gerne annehmen. 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 Wir sind mit dem Hotel wirklich sehr zufrieden. Wir sind mit dem Hotel wirklich sehr zufrieden. Meine Freundin Anna sagt, dass sie keine Zeit habe. Meine Freundin Anna sagt, dass sie keine Zeit habe. Meine Freundin Anna sagt, dass sie keine Zeit habe. Das Essen ist lecker, allerdings ist es ziemlich teuer. Das Essen ist lecker, allerdings ist es ziemlich teuer. Der Abend mit dir war einfach wundervoll. 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 Das ist ein sehr schöner Hund. Der Abend mit dir war einfach wundervoll. Der Abend mit dir war einfach wundervoll. Der Abend mit dir war einfach wundervoll. Das ist ein sehr schöner Hund. Der Abend mit dir war einfach wundervoll. Das ist ein sehr schöner Hund. Das ist ein sehr schöner Hund. Der Abend mit dir war einfach wundervoll. 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 Der Abend mit mir war einfach wundervoll. Der Abend mit dir war einfach wundervoll. An der Kasse steht ein Kunde und wartet. An der Kasse steht ein Kunde und wartet. Man muss viel arbeiten, wenn man Erfolg haben will. Morgen kommt uns Anna besuchen. 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 Die Kinder mögen den neuen Lehrer sehr. 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 Heute hat ein neuer Mitarbeiter angefangen. Heute hat ein neuer Mitarbeiter angefangen. Heute hat ein neuer Mitarbeiter angefangen. Sie wollte, dass der Kuss niemals endet. 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 Der Hund hat einen braunen Schwanz. 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 Sarah hat uns gestern wirklich sehr geholfen. Sarah hat uns gestern wirklich sehr geholfen. Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Ich habe über eine Stunde auf dich gewartet. Ich habe über eine Stunde auf dich gewartet. Ich habe über eine Stunde auf dich gewartet. Er fühlt sich in der neuen Stadt alleine und fremd. Er fühlt sich in der neuen Stadt alleine und fremd. Er fühlt sich in der neuen Stadt alleine und fremd. Er fühlt sich in der neuen Stadt alleine und fremd. Schätzchen, kannst du bitte die Musik etwas leiser stellen? Vom Dach aus hat man einen tollen Blick. Die Aufnahme ist schon ziemlich alt. Die Aufnahme ist schon ziemlich alt. Die Aufnahme ist schon ziemlich alt. Die Autos stoppen an der roten Ampel. Wir müssen diese Möbel verrücken. 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 Es braucht viel Mut. Es braucht viel Mut. Es braucht viel Mut. Es braucht viel Mut. Der schwarze Anzug sieht wirklich elegant aus. Der schwarze Anzug sieht wirklich elegant aus. Der schwarze Anzug sieht wirklich elegant aus. Wenn sie das Signal gibt, rennen wir los. Wenn sie das Signal gibt, rennen wir los. Wenn sie das Signal gibt, rennen wir los. In dieser Fabrik fertigen die Arbeiteruhren. In dieser Fabrik fertigen die Arbeiteruhren. In diesem Schloss wohnt ein echter Prinz. In diesem Schloss wohnt ein echter Prinz. Diese Pizza ist riesig. Diese Pizza ist riesig. Diese Pizza ist riesig. Heute Abend werden wir zusammen kochen. Heute Abend werden wir zusammen kochen. Heute Abend werden wir zusammen kochen. Ich glaube, dass sich dort etwas bewegt hat. Ich glaube, dass sich dort etwas bewegt hat. Ich glaube, dass sich dort etwas bewegt hat. Er verlässt das Haus niemals ohne seine Pistole. 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 Er denkt, dass es später noch regnen wird. 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 Diese Regeln gelten für alle Mitarbeiter. Diese Regeln gelten für alle Mitarbeiter. Diese Regeln gelten für alle Mitarbeiter. Das ist ja eine tolle Neuigkeit. Das ist ja eine tolle Neuigkeit. Das ist ja eine tolle Neuigkeit. Er kann immer noch nicht schwimmen. 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 Das Mädel in meiner Klasse gefällt mir sehr gut. Das Mädel in meiner Klasse gefällt mir sehr gut. Das Mädel in meiner Klasse gefällt mir sehr gut. Das Grün deiner Augen ist wunderschön. 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 W jewels seins dares Wem gehört der Hund? Sein Benehmen gestern war sehr unhöflich. 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 Dieser Sitz ist für meinen Mann reserviert. 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 Der Richter ist sehr streng. 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 Es war sein letzter Wille, hier begraben zu werden. Es war sein letzter Wille, hier begraben zu werden. Es war sein letzter Wille, hier begraben zu werden. Es war sein letzter Wille, hier begraben zu werden. Es war sein letzter Wille, hier begraben zu werden. Es war sein letzter Wille, hier begraben zu werden.